Moin Moin und Herzlich Willkommen hier auf meinem Channel. Schön, dass ihr mit eingeschaltet habt. Ich hoffe euch geht soweit gut. Ich sehe gerade Impact 82 ist aus meinem Itemshop raus. Es unterstützt einen Creator. Komischerweise. Jetzt haben wir ihn wieder drin. Für die nächsten zwei Wochen ist er abgespeichert. Wunderbar. Wunderbar. Wir fangen gleich an. So was hat sich getan. Die Drohnenreihe ist alles nach oben gerutscht. Loser Fruit auch mal wieder mit am Start. Sehr gut. So Metallica ist unten weiter. Hier hat sie nichts weiter getan. Hier ist alles beim Alten geblieben. Fischtag. Fliegende Koralle. Die eine oder andere sicherlich auch kennen. So die Fischdame. Schlachtenstäbchen. So Markenzeichenstil wurde wieder ausgetauscht. Heidi von der Alm. Sumpfmann. So was ich weiterhin vermisse sind die Fußballskins zur EM. Ich weiß nicht warum die nicht drin sind. Schade eigentlich. So ein bisschen Lego. Und das war's auch wieder. Joa ansonsten liken abonnieren. Nicht vergessen alles weiterhin kostenlos für euch. Das war's. Bin raus. Heute Abend geht's weiter mit Folgenheit live on stage. Ansonsten würde ich mich freuen wenn ihr nächstes Mal wieder mit einschaltet bei meinem Itemshop. Das war's. Ciao von au. Ciao.